Und dann komm ganz langsam nach oben zum Sitzen. Die Augen so gut wie möglich und weich bleiben. Du nimmst deine Bolster und du stellst es zu deiner linken Hüfte in deiner Decke heraus und alles was. Und dann stellst du deine linke Knie und bringst deine rechte Knie zu der Innenseite von deinem Fußrücken her. Und wenn der Boden sehr kalt ist bei dir daheim, gerne eine Decke nehmen, unter deinem Polster oder seitlich, sodass du hier richtig alles machst, was du hier erlaubt, dich in die Entspannung zu kommen. Die Hüfte bleibt eng zu deinem Polster und dann drehst du deinen Brustkorb, sodass du dein Bauchnabel auf deiner Bolster liegen kannst. Die Arme kommen auf beide Seiten und dann kannst du deinen Kopf entweder direkt nach unten oder dir in einer Seite zu drehen, je nachdem, was für dich persönlich sich gut anfühlt. Und dann schau mal, ob du diesen Schalter finden kannst. Und dann fang die Lichter aufzumachen und die ganze Körper in dem Moment fallen, zu sinken, zu loszulassen. Und dann fang die Lichter aufzumachen.